Sebastian Vettel Red Bull-Team-Chef Christian Horner sind sich beide in gewissen Bereichen sehr ähnlich. Tatsächlich erinnert er in einigen Dingen an Sebastian. Selbst die Art, wie er ins Auto steigt, erinnert mich an ihn, sagt Horner im Gespräch mit Autobild Motorsport über Verstappen. Doch in einem Punkt sei der Niederländer seinem deutschen Rivalen überlegen, Max hatte mehr Talent, er ist wie ein Löwe, wenn er im Auto ist. Er geht wie auf, nie. Er hat einen irren Kampfgeist, sagte Horner. Dafür habe Vettel während seiner Zeit herausragend mit Druck umgehen können, eine Fähigkeit, die in der Formel 1 Saison 2018 nicht immer zu sehen war, aber er hatte damals bei uns auch ein Team, das voll hinter ihm stand und seine Stärken gefördert hat, übt Horner in diesem Zusammenhang zwischen den Zeilen Kritik an der Ferrari-Mannschaft. Auch der Arbeitsseifer von Vettel sei mustergültig gewesen. Er wollte jedes Detail am Auto kapieren. Er hat die Gegner und deren Schwächen analysiert. Dies habe Vettel dabei geholfen, ein sehr kompletter Fahrer zu werden, findet Horner. Nun schickt sich Verstappen an, in die Fußstapfen eines seiner Vorgänger bei Red Bull zu treten. Er hat all die Fähigkeiten, die du brauchst, um ein mehrfacher Champion zu werden, sagte Horner über Verstappen. Die nächste Generation mit Fahrern wie Leclerc und Max wird uns viel Freude bereiten. Die nächste Generation mit Fahrern wie Leclerc und Max wird uns viel Freude bereiten.